Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Wer sich schon immer mal gefragt hat, was Kirsten Dunst jetzt eigentlich macht, ich glaube, die war das letzte Mal so wirklich, ja, bei der dritten oder was ist, ich glaube, es war die dritte Staffel von Fargo, hat man sie gesehen. Kirsten Dunst kommt jetzt demnächst ins Kino und zwar als Kriegsfotografin. Und der Film, in dem sie da spielt, den nennen wir Civil War. Ich weiß nicht, ob er dann noch im Bürgerkrieg umbenannt wird. Ja, was ist der tolle Untertitel, Extratitel, den wir immer noch kredenzt kriegen? Weiß ich auch noch nicht. Ich habe irgendwie so im Vorfeld, aber ich glaube tatsächlich, ich habe das geträumt. Und das war irgendwie Civil War, Bindestrich, Amerika am Abgrund oder so. Aber wahrscheinlich ist das tatsächlich jetzt eine Lüge, die ich hier verbreite. Die einzige Wahrheit, die ich jetzt hier sofort verbreiten kann, ist, dass an meiner Seite der liebe Rino seinen, ja, seinen Stuhl besetzt hat, sagt man das so nicht. Ist auf jeden Fall, ist technisch korrekt. Ja, genau, auf jeden Fall sitzt du mir virtuell gegenüber. Hallo. Hallo. So, neben Kirsten Dunst haben wir noch den Narcos-Hauptdarsteller Wagner Mora, Kayleigh Spaney, über die wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sprechen haben, denn die ist für mich die eigentliche Hauptfigur dieses Films. Und den aus einigen anderen A24 und Nebenrollenfilmen kennengelernt, bekannten Stephen McKinley Henderson. Mein Gott, ich habe heute Sprachstörungen. Civil War kommt, glaube ich, am 24., 25. oder 26. April nach Deutschland. Ist mir ehrlich gesagt egal, denn ihr hört das hier jetzt und kurz drauf wird Civil War irgendwann mal kommen. So, ja, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, dass der Film, glaube ich, von Alex Garland ist und das ist sein Film Nr. 1, 2, 3, 4. Wie stehst du denn zu Alex Garland und seinen vorherigen Film, vor allem Ex Machina, dürfte jedem irgendwie bekannt sein? Ja, genau, ich bin so quasi jetzt nur 75 Prozent Alex Garland, glaube ich. Ich habe Men noch nicht gesehen, die anderen Filme kenne ich ganz gut, allen voran Ex Machina, den ich, glaube ich, bestimmt ein halbes Dutzend Mal gesehen habe. Fantastischer Film. Ja, ich glaube, da bist du einfach mit der Kritikermeinung der allgemeinen Gäste da d'accord. Ja. Aber ich weiß auch nicht, was man an dem Film auszusetzen hat. Nee, eben und Annihilation fand ich dann schon ein bisschen schwieriger, obwohl ich da ein bisschen das Problem hatte, dass ich das Buch vorher gelesen hatte und sehr toll fand und mich sehr auf eine ganz bestimmte Stelle gefreut habe, die dann im Film einfach komplett gefehlt hat. Und das habe ich dem Alex Garland nicht verziehen, bis knapp heute nicht, weil jetzt mit Civil War ist wieder gut. Ist wieder gut, da hat er wieder alles gut gemacht. Nee, ich habe Men tatsächlich auch gesehen, also ich glaube, da bin ich einer von denjenigen, die auf der positiven Seite sind. Ich fand den stärker als Annihilation, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass mich das Thema ein bisschen mehr gecatcht hat. Was mich jetzt ein bisschen verwundert ist, dass ich heute im Vorfeld ein paar Sachen gelesen habe, dass Civil War jetzt irgendwie eine geistige Fortsetzung oder Weiterführung oder wie sagt man, wenn es irgendwie eine Trilogie oder ein geistiges Pendant zu Men sein soll. Gut, wenn du den jetzt nicht kennst, ich weiß nicht, also bei Men... Ja, okay, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, tatsächlich fürchte ich. Aber dann werde ich Men unter dem Aspekt dann betrachten. Ja, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass du da schlauer rausgehst als ich, obwohl wahrscheinlich bist du schlauer als ich. Vielleicht unterschätzt du mich ganz doch. Also wenn du da was rausgefunden hast, dann bitte lass es mich wissen. So, jetzt sind wir knapp fünf Minuten drin, haben noch immer nicht gesagt, um was es in dem Film geht. Ich fasse ihn jetzt mal ganz kurz so zusammen. Kirsten Dunst, habe ich schon gesagt, ist eine Kriegsfotografin, eine sehr renommierte sogar. Also vielleicht die Kriegsfotografin schlechthin. Wir befinden uns in einer allzu nahen Zukunft, in der in Amerika tatsächlich ein Bürgerkrieg herrscht. In diesem Bürgerkrieg kämpfen die Vereinigten Staaten unter Präsident Ron Swanson, aka Nick Offerman. Genau so habe ich mir das hier auch notiert. Ich meine, ganz ehrlich, da kommst du nicht dran vorbei. Ich bin auch sicher, wir sind nicht die einzigen, die das sagen werden von dem her. Ich glaube, das wäre eventuell zu finden in diversen Rezensionen von diesem Film. Obwohl es ein großes Verbrechen ist, dass sein mächtiger Schnurri nicht im Film ist. Ja, obwohl er die erste Figur ist, die man in diesem Film, stell dir mal vor, das erste Bild wäre ein dicker, fetter Schnurrbart. So eine Gegenlichtaufnahme von Ron Swanson Schnurrbart, wodurch jede Borste das Licht bricht. Hätte ich noch einen halben Stern mehr mitgegeben. Tatsächlich, wären wir bei fünfeinhalb von fünf. Nee, okay, kommen wir wieder zurück. Also Ron Swanson ist Präsident der Vereinigten Staaten und ich glaube, der hat sich irgendwie zu einer dritten Amtszeit selbst gekürt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist in diesem Bürgerkrieg, ja. Ganz unrealistisches Szenario. Ja, also wahnsinnig. Kämpfen haben sich die kalifornischen und texanischen, ich weiß nicht, ob man die irgendwie... Konföderierten nennen kann oder die nennen sich auf jeden Fall die westliche Front. Nee. Oder? Western Force. Western Force, genau. Ich habe mir gedacht, für was steht das F? In dem Film sieht man sie ja immer so W, F. Egal. Ja, die sind jetzt vor Washington DC mit ihren Streitkräften und wollen dem Präsidenten stürzen. Das ist jetzt die Ausgangslage. Und unsere Kriegsfotografin, Frau Dunst, die, ich finde hier leider ihren Namen nicht. Ich glaube... Es ist ganz lustig. Wagner Mura heißt Joel. Ja. Ja. Und sie, jetzt rat mal, wie sie heißt. Joel. McHale? Nee, sie heißt Ellie. Ellie. Ellie Joel. Wir sind also hier auch bei einem gedanklichen The Last of Us Remake. Oh. Siehste, The Last of Us, da bin ich absolut raus. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gespielt. Aber tatsächlich, ich finde das sehr interessant, weil tatsächlich dieses The Last of Us Gefühl in dem Film schon drin ist. Aber egal. Total, ich habe es ein paar Mal gedacht. Ja, ein paar Bilder erinnern total daran. Und die beiden Hauptfiguren heißen tatsächlich einfach so. Ja, ja. Das finde ich cool. Siehst du, man weiß aber jetzt nicht, ob Alex Garland irgendwie Fan ist oder ob da irgendwas... Kein Plan, ob es Zufall ist oder nicht. Man findet eh sehr wenig irgendwie über den Film, muss ich sagen. Also außer, dass eben die Trailer gelauncht wurden und dann eigentlich ganz gut ankamen und dass eben A24 das so als das große neue, wie sagt man, Vorzeigeprojekt irgendwie raushaut. Ja. Gut. Auf jeden Fall Kirsten Dunst und die mit ihrem Wagner Mora, also Joel und Ellie, die beide sich zu Beginn in New York befinden und dann mit zwei anderen Kollegen der Journalie, nämlich Stephen McKinley Henderson und der jungen, ja, ich würde mal sagen, sie würde gern Kriegsfotografin werden, Katie Spaney, dann von New York nach Washington DC aufbrechen, nämlich weil Wagner Mora und Kirsten Dunst ein Interview mit dem Präsidenten führen wollen, beziehungsweise ich glaube sogar zugesagt bekommen haben. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie die Situation ist. Aber das ist jetzt so die Prämisse. Wir haben hier einen Roadtrip von New York nach Washington und auf dem Weg dorthin, würde ich sagen, öffnen sich verschiedene Szenarien, die den Bürgerkrieg in seiner ganzen Blüte darstellen. Und ich würde sogar sagen, ich weiß, ich schätze mal, du wirst es ähnlich sehen, den Zuschauenden ein bisschen den Schrecken über den Rücken und in die Gliedmaßen fahren lassen wollen, wenn sowas tatsächlich passieren würde. Alter, ja. Und wie. Und wie. Ja. Vor allem auch die Art und Weise, wie es dargestellt ist, ist halt wirklich sehr bodenständig, sehr realistisch, würde ich sagen. Also Bilder, die fahren echt ganz schön ein. Und vor allem sind die Bilder jetzt nicht nur so dieses rotzige, dreckige, also überhaupt so der ganze Film, der arbeitet mit sehr, sehr schönen Bildern auch. Die Schönheit des Hässlichen sozusagen. Wenn, ähm, ja, Bomben explodieren, dann sind die auch, äh, die, die Nachwirkungen schön im Gegenlicht gefilmt. Äh, es kommt Musik, die mich immer so ein bisschen erinnert hat an alles, was die Seventies, äh, geliefert haben und was auch gerne mal in Vietnamfilmen benutzt wird, finde ich. Ach, stimmt. Ja, 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 gute Connection, ja. Ja. Und. Sie wirken so ein bisschen deplatziert dann an der Stelle, wo sie erscheinen. Aber eben auch, ich meine, dieser Kontrast macht es eben dann auch gut, weil es ist, es ist, äh, streckenweise sehr, sehr lebensbejahend in Musik, die zu lebensunbejahenden Bildern gezeigt wird. Ja. 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 Und, ähm, was man dann auch noch unbedingt, äh, vermerken muss, ist, zumindest ging es mir so, da musst du jetzt dann auch kurz deinen Senf dazugeben, ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich praktisch als, selbst als Kriegsreporter in so einer ständigen Duckhaltung als Zuschauender. Also, ja, 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 total, man ist die ganze Zeit mittendrin und man hat die ganze Zeit auch Angst um alle von denen, vor allem, weil die halt auch ständig ihre Möhren quasi ins Geschehen halten und du denkst jetzt, nein, zurück, Kopf runter, weg da, versteck dich irgendwo. Oh, und das, und das hört auch fast, nachdem es losgeht irgendwann, also, es, es hat dann so ein bisschen so ein, so ein, äh, Road-Movie-Charakter am Anfang, dann fahren sie halt irgendwann los mit diesem, äh, Presse, was ist das für ein Auto, ein Jeep ist das nicht, aber. Ja, so halb Jeep. Ach, ordentlich. Ja, erfinden jetzt einfach neue Wörter. Ja, halb Jeep, äh, der Presse halb Jeep. Ja. Und sobald es, aber sobald sie halt ins, ins Gebiet kommen, wo's, wo's knifflig wird, dann ab da lässt der Film tatsächlich eigentlich kaum mehr, äh, zu, dass man durchatet. Ja. Also, ich, ich hab verzweifelt nach einer Stelle gesucht, äh, an der ich kurz raus kann, äh, weil, weil mir das Kino doch ordentlich, äh, Kaffee und Cola serviert. Machen Sie immer gern. Und das war, das war schwierig. Es war nicht leicht. Ja, schon mal. Und selbst als ich's dann gefunden hab, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt hab ich ein bisschen was verpasst. Also, lässt überhaupt nicht locker und man ist, wie du sagst, man ist mittendrin. Ja, ich war die ersten, ich, ich hab heute, glaub ich, ein bisschen übertrieben, irgendjemand, hab ich gesagt, die ersten 20 Minuten war ich in so einer Art Panikattacke gefangen, vielleicht waren's nur fünf oder zehn, aber zumindest die ersten Minuten, die knallen schon, äh, also, ich find, die legen die Hände schön um den Hals und drücken dann auch zu und, äh, und halten dich so ein bisschen Clockwork Orange mäßig mit offenen Augen so an der Leinwand. Ähm. Jetzt ist die Frage, und ich würde die gerne nicht unbedingt allzu lang behandeln, weil mich das Thema auch ein bisschen nervt, aber da kommt man nicht dran vorbei. Glaubst du, das liegt daran, dass so diese, diese Bürgerkriegsszenarien heutzutage in den USA so real wie noch nie in unserem Leben waren oder glaubst du eher, das hätte jetzt auch funktioniert, wenn das sehr viel fiktionaler gewesen wäre? Nee, ich find, es funktioniert gerade, weil es nicht so fiktional ist, also, obwohl einfach das auch an der Inszenierung mögen könnte, aber, also, was, was mir vor allem aufgefallen ist an der Extremität auch von den Bildern, ist jetzt nicht unbedingt die Situation, wo man denkt, ha, das könnte schon tatsächlich wirklich so sein, das ist natürlich ständig da, aber was so richtig mir hat die Haare zu Berge stehen lassen, ist halt diese Familiarität, die man teilweise hat mit diesen Bildern und den Situationen, die man aus Nachrichten und Kriegsberichten halt im Moment leider auch sehr vermehrt mitbekommt und sieht und die sind transplantiert mitten in die USA rein, wo man sie halt so nicht kennt. Und das ist richtig erschütternd, finde ich, da diese, diese Barbarei des Krieges nicht irgendwo, ne, was weiß ich, irgendwie im fiktiven Ort, überall, nicht im fiktiven Ort und auch nicht irgendwo im mittleren Osten, sondern wirklich auch halt wieder normale, ja, kennt man jetzt leider auch immer mehr die Bilder, halt normale Zivilisten gekleidete Menschen, die da sehr realistisch dargestellt halt einfach auf der Straße liegen teilweise und so, das ist, das ist der Teil, der mich sehr erschüttert hat, dass dieses, dieses echte und dann aber in einer, in einer vertrauten Umgebung. Ich würde jetzt hier tatsächlich auch sagen, ich glaube, wir kommen auch nicht dran vorbei, dass wir jetzt über den Film sprechen, ohne dass wir auf den Verlauf eingehen und dass wir vielleicht die ein oder andere starke Szene tatsächlich aussprechen. deswegen, ähm, ist das jetzt hier unsere Spoiler-Warnung, ähm, springt vielleicht dann zum Ende, ich setze dann noch eine Kapitelmarke, wenn ich dran denke, ähm, für, für unser Fazit, aber ich glaube, man kommt gar nicht dran vorbei, weil tatsächlich der Film ist, äh, in erster Linie, finde ich, was, ging jetzt dumm, aber was fürs Auge und was mich dann auch überrascht hat, ist, äh, ich hab's der Presse-Dame am Ende gesagt, dass der Film ein, also für mich ein bisschen ein fehlgeleitetes Marketing hatte, denn, aber meinte ich jetzt nicht negativ, denn, ähm, ich hab weniger mit so einem Kriegsreporter-Drama eigentlich gerechnet, sondern eher ein bisschen mehr straight forward. Wie ging's dir? Hm, ja, bin ich gar nicht sicher, ich hab's nicht so wahnsinnig verfolgt im Vorfeld, deswegen, ich hab den, äh, Trailer gesehen und gedacht, okay, ich lass das mal auf mich wirken und bin dann mehr oder weniger blind da rein, von daher weiß ich tatsächlich nicht irre viel übers Marketing, aber, ähm, inwiefern fandest du's dann quasi, also, fehlgeleitet als, meinst du, äh, absichtlich so ein bisschen als Finte? Nee, 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 ich glaub's fast nicht als Finte, ich glaub tatsächlich, dass, also, ich mein, was klar ist, das ist, dass die Marketing, äh, Abteilung schon versucht dann die berühmten Gesichter irgendwie dann in die Trailer reinzuschneiden. Und wenn ich jetzt dann eben sehe, dass, äh, Nick Offerman in den Trailern drin ist und Jesse Plemons und die sind beide insgesamt vielleicht, keine Ahnung, fünf Minuten zu sehen jeweils, dann, ähm, ist das schon irgendwie fehlgeleitet. Aber das ist, glaub ich, gar nicht so der großartige Punkt, den ich, ich hab, ich hab nicht mit so einer Roadtrip-Atmosphäre irgendwie gerechnet. Ich hab nicht damit gerechnet, dass da praktisch eine, ich sag jetzt mal, vierköpfige Journalistenfamilie da aufbricht, ähm, und, und sich da durch verschiedene Szenarien mehr oder weniger, also, dass man eben den Bürgerkrieg so, so dokumentarisch irgendwie sieht. Ich hab da eigentlich mit mehr, äh, ja, normaler Ballerei und Kasala irgendwie gerechnet, die dann auf ihre gewisse spezielle Art und Weise schockierend ist. Und ich bin unglaublich froh, dass es eben nicht so gekommen ist, dass es dieses Übliche ist, sondern, dass wir da wirklich mit denen als fünftes Mitglied mitfahren und, dass man eigentlich auch nicht wirklich sagen kann, Wer ist jetzt hier die Hauptfigur? Ich finde, das teilt sich alles sehr gut auf. Und jede Figur hat so ihre eigene Agenda, wie sie mit der Sache umgeht. Jede Figur hat so eine ganz schöne Charakterzeichnung. Jede Figur wächst, finde ich, in, in, äh, im Verlauf des Films. Und es sind alles sehr, 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 äh, positive Beispiele, dass der Film eben nicht nur bildgewaltig ist, sondern der ist, grandios geschrieben. Also, ähm, hat zwar so ein, zwei Szenen mit dabei, auf die werde ich dann später nur eingehen, die, die, die es jetzt meines Erachtens nicht unbedingt gebraucht hätte, die aber wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen als Atempause funktionieren sollten, weil es der ansonsten wahrscheinlich erschlagen worden ist. Und ich fand vor allem auch erfrischend, dass halt die Geschichte zwischen Kirsten Dunst und, und, äh, ihrem Zögling quasi, dass das auch nicht so eine Standard, ne, die alte, alteingesessene Journalistin und, und dann der Jungspund. Und da hat man gewisse Erwartungen irgendwie an diese, diese Konstellation. Und das war eigentlich überhaupt nicht so. Und das fand ich auch sehr erfrischend. Also, es ist dieses fast schon episodische auch zwischen den verschiedenen Haltestellen im Prinzip. Also, es ist dann halt auch immer frisch und es hat nicht dieses, ja, diesen, diesen ausgelutschten Charakterbogen irgendwie, den man, den man so sonst kennen, erwarten würde. Ja, ich hab mir dann danach auch die Frage gestellt, äh, welcher dieser ganz großen Antikriegsfilme, also, äh, Full Metal Jacket, etc., äh, war das jetzt eigentlich der mit, ähm, der mit so einer ähnlichen Konstellation gespielt hat? Sprich, wir haben das aus den Augen eines, ich glaube, es war auch ein Journalist, ähm, gesehen. Mir ist dann aber nur eingefallen, äh, warte mal, da war doch irgendein so ein Übersetzer bei Saving Private Ryan, aber den meinte ich nicht. Ähm, ich, Platoon hab ich vor kurzem erst gesehen, da war auch keiner dabei, glaub ich. Ich glaub, dann muss es, war da bei Apocalypse Now war da einer dabei? Ja, oh Gott, frag mich nicht mehr. Keine Ahnung, hab ich, ist bei mir auch zu lange her, hab ich nicht mehr, hab ich tatsächlich nicht mehr präsent. Dann ist das hier der erste Aufruf für die Kommentarspalten, bitte. Schreibt es in die Kommentare. Bitte schreibt es in die Kommentare. Warum wisst ihr das nicht? Ja, welcher dieser großen Filme das war, denn, ähm, im Prinzip ist das der Blickwinkel, den wir bekommen. Und, ja, ähm, sind jetzt dann auch schon darauf eingegangen, dass die Figuren jetzt nicht, äh, Abziehbildchen sind. Also, wir haben auch diese Figurenkonstellationen. Ich komm gleich mal zum Punkt. Ähm, ich find, dass sich eben die Figur von Kirsten Dunst, ähm, von einer Hauptfigur im Laufe des Films eher zu so einer Nebenfigur verwandelt hat. Ähm, total. Weil ihre, ihr Zögling Kelly Spaney, die übrigens hervor, also wirklich wahnsinnig gut gespielt hat, wie alle anderen auch, aber sie war dann schon so ein Stück herausragend, ähm, ist so ein kleines Figürchen jung. Ich, ich, also, als ich die gesehen habe, hab ich gedacht, Gott, ist das eine 15-Jährige, die da irgendwie, ähm, Ja, ja, es wird auch, es wird ja auch kurz erwähnt, äh, erwähnt von, von, äh, Wagner-Bura im Film dann, wie alt sie ist. Und ich denke auch, sie sieht wirklich einiges jünger aus. Und ich denke auch so, ah, ist das wirklich so? Glaubst du mir das? Ja, aber ich glaube, das ist eben auch die, äh, das Schöne an dem Film, dass du zu Beginn hast du noch eine relativ, naja, sag ich mal, äh, ein bisschen Hoffnung war da schon noch im Blick drin. Der geht dann leider von Minute zu Minute, von, äh, Ereignis zu Ereignis immer mehr flöten. Aber du merkst eben auch, wie, ich denke, dass das Leben als Kriegsfotograf oder Kriegsfotografin, wie hart das sein muss und wie viel, wie viel Menschsein man in, in diesen Gefechtssituationen einfach abstellen muss, um an diese Stellen zu gelangen, die dann eben am Ende die großen Fotos der, äh, Historie werden, wie, keine Ahnung, ähm, der brennende Mönch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Ding ist, aber, äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja, äh, und, und, und den Teil fand ich halt auch total spannend, dass ja diese Bilder, die sie machen, auch im Film dann immer zwischendurch einmal zu sehen sind und mit, mit reingeschnitten sind, teilweise in die, in den Flow von den, von den Action-Szenen, wie sie gerade passieren, dann mittendrin und dann sieht man einmal kurz als Still diese Aufnahmen, die gemacht werden und da, finde ich, merkt man auch dann die, wie, wie die Kirsten Dunst als, als Protagonistin, äh, die Fackel quasi weitergibt, weil die Bilder, die, die, äh, Kaylee Spaney macht mit ihrer schwarz-weiß Analog-Kamera, die sind absolut fantastisch. Die sind richtig, richtig gut und die sind jetzt, äh, oder, äh, die Kirsten, äh, in die Pfanne hauen zu wollen, die sind auch besser als, äh, die, die alle anderen machen in, in diesem Film. Also wir sehen dann auch die, ne, die Farbfotos und die Farbaufnahmen, die sind auch gut, aber, 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 äh, die, die von der Nachzüglerin, äh, von, vom Nachwuchs, die stechen auch total raus. Sie macht ein paar ganz fantastische Bildungen. Ich meine, ähm, das ist ja auch, ähm, der Figur von Kirsten Dunst irgendwie geschuldet. Ich glaube, dass die einfach ihren Zenit auch schon hatte. Man merkt auch, dass sie, dass sie praktisch immer mehr mit diesen, ähm, mit diesen Gegebenheiten zu kämpfen hat, psychisch. Und, ähm, dass sie einfach schon vollgeladen ist in ihrer Psyche mit schlechten Bilden, also mit, äh, schon gut geschossenen Bilden, aber schlechten Erlebnissen, die, die dazu geführt haben. Und, ähm, das, ich finde, also erstens mal, ich finde es ja super erfrischend, dass man Kirsten Dunst mal wieder, äh, auf der Kinoleinwand sieht. Ich weiß tatsächlich nicht, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Das muss, ne, bei mir war es auch bei Fargo, glaube ich. Es muss Ewigkeiten her sein. The Power of the Dog, den habe ich nicht gesehen, sehe ich gerade. Nee, ich auch nicht. Hidden Figures ist, da wäre es mir jetzt auch nicht aufgefallen. Ist tatsächlich das letzte Mal Kino, müsste schon fast, keine Ahnung, Melancholia oder sowas gewesen sein. Also, uralt. Mhm, 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 mhm. Aber, ich bin nicht sehr froh, dass sie damit, äh, dabei ist. Und was, was vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das auch irgendwie so eine Casting-Entscheidung gewesen, dass man eben so eine, äh, eine Schauspielerin nimmt, die, ja, jetzt ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, aber damals tatsächlich eine, äh, also eine wirklich große Karriere hatte. Und vielleicht hilft uns das auch ein bisschen, ihre Figur, ähm, mit so einem, äh, mit dem Status zu sehen, mit dem Kelly Spaney sie sehen soll. Mhm. Das ist jetzt nur eine Vermutung, die ich jetzt... Ja, 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 stimmt, natürlich, natürlich, das passt, äh, wir als Zuschauer kennen sie ja auch, wir kennen ihr Gesicht und das, äh, übersetzt sich sehr, sehr gut auf die Art und Weise, wie, wie, wie Kelly Spaney sie sieht im Film. Ja, denn, ähm, ich meine, man, man, äh, also Kelly Spaney wird ja dann am Ende, ist, ist ja die eigentliche Heldin, sozusagen. Sie macht dann auch wirklich dieses letzte Foto, sozusagen. Ähm, ist sie... Heldin finde ich schwierig. Ja, Heldin ist, ist tatsächlich Heldin, ist, ist, ja, Heldin im Sinne von, ähm... Ja, ich weiß genau, was du meinst. Die Figur, die dann im Zentrum steht und mehr oder weniger irren großen Auftritt dann hat. Sie ist diejenige, die sich mehr oder weniger dann verbeugen darf als erste vor dem Publikum. Ja. Aber, ja, klar, der Begriff Heldin ist ein bisschen schwierig. Wobei, dann kann ich, dann kann ich gleich mal zu so einem kleinen Kritikpunkt irgendwie kommen, wobei ich, weiß gar nicht, ob ich den als Kritikpunkt bezeichnet will. Das, da muss ich mir jetzt auf die Finger klopfen, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu nitpickig. Ähm, ich finde eben, dass, äh, schon diese, diese Beziehung zwischen Kirsten Danz und ihr, äh, schon dann auch sehr vorhersehbar ist, auf was es rausläuft. Da gibt's auch einen Satz. Da wartet man halt die ganze Zeit drauf, dass das passiert, weil auch, weil die das halt auch ständig die ganze Zeit machen. Und du denkst immer, komm, jetzt, wann, wann passiert jetzt mal was? Ja, das ist, das ist auch so die, die, die. Und dann natürlich, irgendwann kommt's dann natürlich so weit. Und, äh, ja, das ist dann leider tatsächlich wenig überraschend. Das war auch der Punkt, äh, wo, wo ich am wenigsten Freude an dem Film hatte, sagen wir es so. Äh, ja, ja, ich müsste ihn, glaub ich, nochmal sehen, um das, äh, nochmal dann, äh, gucken, ob, 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 äh, ich da nicht jetzt mich, äh, das blöd einschätze oder ob das jetzt wirklich irgendwie einfach ein bisschen, ah, ah, ich weiß nicht. Ja, ich bin nicht sicher. Ja, aber tatsächlich, mir, mir ging's ein bisschen ähnlich, dass man eben, ähm, ähm, ja. Sag ihr halt mal, stell dich da nicht mit dem Racheven, ja. Und das ging halt im ganzen Film, stell dich nicht mitten in das Kreuzfeuer, bitte. Der große Elefant im Raum ist einfach, dass, ähm, dass Kriegsfotografen anscheinend auch da zu, äh, oder beziehungsweise dafür da sind, um den Soldaten während ihrer Gefechtssituation auf die Nerven zu gehen, weil die einfach auch ständig in Sicherheit gebracht werden müssen. Das, da hab ich auch nur drauf gewartet, dass einer von denen, denen irgendwann mal sagt, so Leute, jetzt raus hier, das geht so nicht. Wie oft, dass die, wir können euch hier nicht gebrauchen. Wie oft, dass die hinten am Genick gepackt werden, nach hinten gerissen, irgendwo hingeworfen, irgendwo runtergedrückt. Find ich, also, oh, und ich hab auch nur drauf gewartet, dass es so eine Klischee-Stelle gibt, wo irgendwie die Luft zum Zerreißen und alles still und dann das Klicken von dem Fotoapparat, äh, verrät sie dann und dann werden sie abgeschossen. Findet zum Glück nicht statt. Nee. Vielen Dank, Alex Garland, dass du der Versuchung widerstehen konntest, wobei das da noch mit reinzubringen. Ja, wobei man auch sagen muss, was Alex Garland echt gut gemacht hat, das ist eben durch diesen Roadtrip-Charakter, bekommst du ganz viele Facetten von so Bürgerkriegssituationen zu sehen, wo du jetzt gerade, äh, sprachst. Die Situation ist ja auch nie klar, es ist ja nie, es gibt ein bisschen Exposition am Anfang, aber es wird nie jetzt klipp und klar genau erklärt, was jetzt die Situation exakt ist und wer wer ist. Man muss sich das so ein bisschen zusammenpuzzeln und man kann da natürlich auch, also, äh, auch die, die politische Lage ist, wie sie heute ein bisschen bekannt ist, das sind schon dieselben Fronten, das sieht man auch, das kriegt man auch ein bisschen mit. Man kriegt auch mit, auf welcher Seite eigentlich ein, ein Regisseur jetzt eher wahrscheinlich, äh, sich sieht, aber auch während des Films wechseln sie ja so ein bisschen die Seiten, also sie sind ja als, als Reporter, nee, als Kriegsfotografen neutral und wir, wir wechseln das ja dann mittendrin irgendwann und dann sind wir plötzlich bei der anderen Seite. Ähm, und ich fand das sehr, sehr gut, dass es so ein bisschen offen blieb immer, was jetzt genau, ne? Also, man, ganz klipp und klar ausgesprochen wird's eigentlich nie. Das ist tatsächlich, finde ich, den größten Vorteil, den dieser Film liefert, ist, dass du mit einer, natürlich geht jeder mit so einer gewissen politischen Attitüde irgendwie in den Film rein, aber dir wird da nichts aufgedrückt, weil du da keinen Präsident Swanson mit einer orangen Perücke irgendwie stehen hast oder sonst irgendwas. Ähm, du, äh, man kommt an Situationen, indem man sogar seine eigene Neutralität irgendwie hinterfragt oder beziehungsweise die Neutralität der, der Journalisten, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die fahren da zum Tanken und dann, ähm, merken sie eben, dass da an dieser Tankstelle, äh, ich glaube, die, die, ähm, die Separatisten haben irgendwelche, ähm, ähm, ja, wie sagt man, irgendwelche Soldaten aufgeknüpft und es ist eigentlich ganz klar, dass die in den nächsten Stunden einfach massakriert werden, aber die Journalisten sich eben dazu nicht, äh, wie sagt man, berufen fühlen, berufen fühlen, da irgendwie, äh, irgendjemandem ins Gewissen reinreden zu wollen. Sie dokumentieren nur und sie bleiben auch auf diesem Punkt. Und, ähm, ähm, ja. Ja, und sie geben dann auch einfach, ohne an der Situation was zu ändern. Ja. Und das ist ein sehr starkes Statement, finde ich, weil, also ich bin, in, in dem gesamten Film habe ich keine einzige Hand gespürt, die mich an die Hand nehmen wollte, um zu sagen, da gehst du jetzt in diese Richtung, da gehst du jetzt in diese Richtung. Ich habe, ich habe bis zur letzten, wirklich bis zum letzten Schuss, habe ich im Prinzip jedes Verhalten irgendwie hinterfragt. Und ich glaube, dass du am Ende, wenn dann der Abspann kommst, nur zu dem, äh, zu der, der Erkenntnis kommen kannst, dass der Krieg einfach keine Gewinner kennt. Ja. 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 Krieg ist immer gleich. Ja. Und, äh, da ist kein, selbst die, die Szenen, die irgendwie heroisch oder nach Spaß, in Anführungsstrichen, irgendwie aussehen, die kannst du nicht genießen. Also, man kann, ja, das hat ja alles so einen ganz jüblen Nachgeschmack dann, ne, also auch die, ja, die inszenierten Sachen, also die, die, äh, wurde, wenn dann tatsächlich mal für ein Foto posiert wird, zum Beispiel. Ganz, ganz zum Schluss. Ja. Ja. Dann, äh, habe ich noch angesprochen, dass, ja, Jesse Plemons und, äh, wie sagt man, Präsident Nick Offerman, ähm, ja, gar nicht so lang zu sehen sind. Ne, dachte ich tatsächlich auch, äh, anhand der, ja, ne, jetzt weiß ich, was du meinst mit der, mit dem Marketing, anhand der, äh, auch der Größe dann, hätte ich jetzt gedacht, dass sie länger drin sind, aber war, weiß ich nicht, hat's, äh, hat's frisch gehalten und man wusste nicht, was einen erwartet und du weißt dann halt auch nicht, wie lang jetzt. Ja, genau, das ist immer das Schöne, weil man hat eine sehr, sehr intensive Szene mit Jesse Plemons, finde ich, die, Alter, Schwede, ja. Mehr oder weniger, also, auch wenn er nicht lang zu sehen ist, sagen wir es mal so, er, er ist zumindest mit Schuld daran, dass zwei Charaktere anfangen, äh, durchzudrehen und einer stirbt. Mhm. Armer Stephen McKinley-Handerson. Aber, das haben sie ja von Anfang an eigentlich auch schon gewusst, dass der alte Mann zu langsam ist, um wegzulaufen. Ja gut, das ist natürlich, das ist natürlich klar, dass der, der auch, äh, warnt davor, das zu machen und dann trotzdem mitgeht. Aber der bekommt dann seine Heldenrolle. Ja. Ja, ach, ich werde mir den auf jeden Fall nochmal ansehen. Bin mir relativ sicher, dass ich den mal in, also eben weniger im Presseformat, sondern mal tatsächlich auch, äh, mit dem gemeinen Fußvolk und meinen Freunden zusammen. Äh, mich interessiert, äh, mich interessiert, also das ist wirklich so ein Film, bei dem interessieren mich dann auch die Gesichter danach. Ja. Ähm, eben weil's, ich, ich fand den schon so stark, dass ich dem fast schon so einen gewissen, äh, kommenden Kultstatus irgendwie zuschneide. Ja, und das war auch etwas, was ich mich gefragt hab, was ich mich gefragt hab, als ich aus dem Kino raus bin, ist, ich bin mal echt gespannt, wie wir auf diesen Film zurückblicken in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren, ob das alles, äh, ist so, haha, was haben wir uns damals gedacht? Und, oh, wie krass der das überspitzt oder ob, keine Ahnung, im Endeffekt wird's wahrscheinlich alles noch viel schlimmer irgendwann, wer weiß, ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, er kommt halt auch grad zu einer Zeit, die, die total spannungsgeladen ist, jetzt mit den Wahlen im November, äh, könnt, könnt eigentlich nicht zu einer besseren Zeit kommen, mit, mit dieser Perspektive, die er hat und, und die, ne, die, die, die und, 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 naja. Wäre jetzt fast sogar die letzte Frage, die ich in den Raum stellen würde. Also ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie der altert. Ja, das ist so die letzte Frage, die ich gerne in den Raum, glaube ich, stellen würde, ist, ob du denkst, dass Leute, die diesen Film dann sehen und dann, keine Ahnung, fünf Monate später an die Wahlurne müssen, ob der Film ihnen eventuell den ein oder anderen Floh ins Ohr setzen könnte, um zu sagen, wir müssen da echt man muss aufpassen, das ist alles sehr fragil oder glaubst du, dass denn eh nur die Leute sehen werden die sag ich mal die Alex Garland oder vielleicht eher liberalere Sicht des mahnenden Fingers irgendwie einnehmen ich kann mir sogar vorstellen dass man den wunderbar viel interpretieren und total geil finden kann wenn man jetzt da auf eine bestimmte Art und Weise tickt er bleibt wirklich also er hat so wenig die Moralkeule selber im Film ich finde es total vielschichtig interpretierbar und auch aus verschiedenen Perspektiven sichtbar ohne ohne dass sich da irgendwas aufdrängt von daher glaub ich nee ich glaub die Leute die die Sorge haben vor so einem vor so einer Eskalation Zukunftseskalation oder Zukunftsperspektive die die wissen schon Bescheid glaub ich und also ich glaub nicht dass es groß wen um stimmt der total verbohrt ist schon das das ist glaub ich nicht also ich meine meine kleinen Menschen die vielleicht auf der Kippe sind ich weiß es nicht was er letztendlich sagt ist dass so eine so eine Eskalation und Ausschreitung möglich ist aber ne er zeigt ja nicht mit dem Finger drauf hier das war schuld da dran oder eben das hätte anders sein sollen dazu müsste hätte wahrscheinlich dann tatsächlich ein bisschen klareres Statement gegeben werden müssen oder ne ne bösere Figur würde ich sagen der ja ja aber es ist gut dass es nicht so ist ich bin sehr froh das es wird den Film total entwerten ich würde es wird den Film total entwerten sehr froh dass man danach oder dazu seinen Kopf einfach einschalten muss die einzige Frage die ich mir eben stelle ist ob also bei mir ist es zumindest so gewesen ich habe den Film gesehen und habe mir gedacht schon allein durch das was ich da gesehen werde ne in dem Bürgerkrieg will ich nie will ich nie leben und anscheinend gibt es ja auch ich meine das wird ja in dem Film auch gesagt dass da in eher ländlichen Regionen oder nicht in allen Bundesstaaten an dem Krieg partizipiert wird also dass da Leute tatsächlich es wurde dann auch immer so gesagt die können ja so tun als wäre jetzt nichts die Eltern von Kirsten Dunst und das ist eben auch so eine so eine interessante Sicht auf diese auf diesen Konflikt ob das tatsächlich dann so sein könnte dass man sich dann auch rausnehmen kann naja aber dass das halt nur Schein ist ist ja dann auch klar als sie dann später in diese himmlische Kommune quasi kommen wo auch genauso die Rede davon ist dass die das so ein bisschen ignorieren im Prinzip und da hast du dann halt auch die Scharfschützer auf dem Dach also der Schatten von dem das Ganze wirft der geht übers ganze Land und man kann dann halt den Kopf in den Sand stecken und das eine Weile lang ignorieren aber zumindest nach dem Ende der Handlung des Films da wird sich ja auch noch was tun und ich bin da relativ zuversichtlich dass das dann nicht so bleiben wird ja auf jeden Fall würde ich deine letzten Worte jetzt tatsächlich übergangsweise für mein Fazit schon ein bisschen nutzen es ist meines Erachtens eben durch diese Vielfalt an Blickwinkeln und eben diese diese beobachtende Perspektive die man dann einnimmt auch ein sehr besonderer Film ein sehr besonderer Antikriegsfilm ein Film der hoffentlich den Leuten die ihn ansehen nicht kalt lassen wird wie gesagt ich glaube das geht das geht nicht glaube ich also nee das glaube ich nicht und ja ich würde persönlich weil es eben auch was von dir schon angesprochen wurde der Schnitt dass dann auch immer wieder Fotos benutzt werden oder oder Stillframes benutzt werden um sag ich mal ja den Einschlag einer Kugel da ist vielleicht manchmal der Gesichtsausdruck oder einfach nur die Art und Weise wie die Person fällt um einiges erschreckender wie die blutende Figur die da liegt also es ist jetzt kein Gore und Splatterfest das man dann irgendwie sieht ja ich würde aber trotzdem einmal eine Warnung aussprechen gerade wenn man die anderen Alex Garland Filme glaube ich ich weiß nicht wie es bei Menace bei Ex Machina auch ein bisschen also der Grad an Brutalität und Gewalt in dem Film ist schon um um einiges höher eine ordentliche Stufe höher vor allem halt auch weil es wirklich so echt dargestellt wird und teilweise dann hast du auch Sachen in Zeitlupe wo ich echt wo es sehr schwer war hin also ich würde auf jeden Fall empfehlen den zu sehen im Kino für die maximale Wirkung ich kann mir nicht vorstellen dass der Film irgendwen komplett kalt lässt ich würde aber trotzdem ein bisschen zur Vorsicht raten weil er ist schon echt heftig was das schwache Gemüte vielleicht mit einer Triggerwarnung ähm ausstatten wobei schwach auch das falsche Wort ist manchmal erwischt es einmal mit auf dem falschen Fuß ähm das das ne das muss der Film ja auch machen das ist ja auch hier das was er will dass er genau so aufrüttelt aber es ist schon es ist schon richtig heftig so dann die große Frage war es das oder war es das nicht mit uns beiden glaube wir ja für heute ja für heute war es das da trennen sich dann die Wege ähm mhm ja President of a man ist Geschichte vielleicht ich glaube Civil War 2 wird es wahrscheinlich Präsident ist tot ja nee nee da würde ich nicht mit rechnen aber ja der Präsident ist tot lang lebt ja gut war auf jeden Fall schön mit dir gecastet zu haben deine Meinung angefangen zu haben oder dass wir beide die Möglichkeit hatten unsere Meinung zu diesem ja doch schon von uns beiden empfohlenen kleinen Meisterwerk in die Welt rausporsauen zu dürfen genau fand ich eine sehr schöne Diskussion gut dann geht bitte erstens mal alle ins Kino wenn dieser Film und dann wenn ihr äh im Kino wart dann geht ihr heim und dann äh geht ihr auf alles wo ihr den Telestammtisch findet nämlich entweder auf unserer Homepage oder unter YouTube ähm Spotify anderen Podcatcher Geschichten äh überall wo es Likes gibt kann man auch eins da lassen und wir würden auch gern unter diesem äh unter dieser Besprechung gern wenn die Möglichkeit besteht mit euch ähm ja kommunizieren Kommentare von euch bekommen beantworten lesen vielleicht ein bisschen in Kontakt treten das würde uns auch sehr freuen Abonnements dürfen auch ja da gelassen werden und jetzt wird mein Mund langsam trocken deswegen schauen wir mal wir haben jetzt die 45 Minuten Marke erreicht ähm ja das virtuelle Winken von Rino und mir jetzt in eine nicht existente Kamera und wir würden sagen bis zum nächsten Mal bye bye bis dahin tschüss sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum selbst mitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast Plattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi